Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play WoW Legion, Gnome rennen uns durchs Bild und ihr merkt schon, PvP und wir sind wieder auf der Alli-Seite, die viel zu kurze Wartezeiten haben irgendwie. Horde 5 Minuten, Alli immer so 2, Alter. Dafür kriegen wir auch nur aufs Maul, mega nice. Und ich hab die Weekly, glaube ich, wieder nicht angenommen. Ich glaube doch, 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 ich hab sie geholt, Digga. Ich hab sie geholt. Wochenereignis, yeah, da ist sie, Schlachtfelder gewonnen. Geil, ihr habt's grad gesehen, ihr guckt mal, wie unsere nicen Fury-Möpse das Allianz-Symbol verzerren, oder? Ja, nice. Was ist mit dir, Alter? Schnorbert! Schnorbert, bester Mann, Alter. Schnorbert, komm, Küsschen, Küsschen. Ich küsse deine Augen, Brudi. Nicer Mann. So, wir ballern erstmal schön, äh, Zwillingsgipfel. Alter, jetzt hab ich richtig überlegt, habt ihr das gemerkt, wie peinlich spielt, ganzen Tag PvP, 4 BGs, und mit so einer kranker PvP-Sucht, die ist so, wie wenn so richtig geleckte Heinis auf einmal mit einem reden, mein, oh, ich bin so ein Nerd, warte, ich guck Big Bang Theory, Alter, und guck Game of Thrones. Niemand auf der ganzen Welt teilt meine obskuren Hobbys. Ab und zu zock ich auf FIFA, ich fühl mich so dreckig. Ah, Freunde, so viel Munition gibt's gar nicht, wenn man da reinpumpen will, oder? Muss man ja auch mal sagen. Oh, WoW macht aggressiv, der droht ihm mit den Tod. So ein Gangster, dafür hat mein fucking Löwe Flügel und kann fliegen, ne? Sura mal durchgewessen, Gul'dan töten, dann ist das eurer, LFR geht auch. So, wir hüpfen mal rüber, und wir sind übrigens Tank in diesem BG, das heißt, ich hol mal die Flagge, und Schnurbert macht den Rest. Ich vertraue da in Schnurbert, ich vertraue da in Allen, Alien, ey, ich kann das gar nicht sehen, Z-Pol macht das so durchsichtig krank, oder? Krank. Nice Reichweitenindikator, weil niemand in unserer Nähe ist, ne? Wir sind uns fremd, Freunde, wir sind uns alle fremd. So, lieber fremd sein, als fremd gehen, sag ich immer, hab ich noch nie vorher gesagt, aber jetzt schon. So, Freunde, komm, ab durch die Mitte, das ist die silberne Hand, das heißt, das ist ein Holy Parler, Problem ist sein Helm. Der macht mich sehr depressiv, weil das sieht aus wie Weltquest versucht und nicht gekonnt. Ja, genau so ist es nämlich auch. Ich bin in der Versuchung aufzumauten, kannst du mich mitnehmen? Ne, oder? Du fährst so provokant vor mir her, Alter, da verliere ich doch die Flagge, ich kenn dich doch. Du bist so ein ganz schlimmer, Alter, ein ganz schlimmer. Ja, Schnorbert, ne, ist er gar nicht. Verräter, Alter, du bist gar nicht Schnorbert, Mann. Richtiger Pimmler. So, bisher sehr actiongeladenes BG, ne? Man könnte meinen, man ist irgendwie gerade in der Bundestagssitzung gefangen, ne? Nur dann wärst du ja noch Lehrer, LOL! Apropos Lehrer im Hintergrund, gerade in einer Cut-Pause, in einer, äh, wie heißt das denn, was ich hier mache? In einer Pause zwischen den Aufnahmen. Geil, guck ich den ollen Krömer, ne? Der gute Stivinho, wer kennt ihn noch? Ah, haha, bald die ersten Facebook-Bilder am Start. Der macht richtig nice Vlogs in letzter Zeit, ja, für so einen alten Sack, LOL! Muss man mal sagen, ne? Guck ich sehr gerne, so vom Schlachter und so und über Fische, hab ich selber Bock, wieder ein Aquarium zu kriegen, ne? Also eher nicht so nice, weil man nämlich voll verführt, Alter, und von Männern verführt werden, ist eine Sache, die eigentlich weit unten auf meiner Liste steht. So, nein, das sandt er nochmal! Oh, fuck, wir ziehen mal ein HCD hier. Oh, ich seh uns hier nämlich gerade nicht rauskommen, aus diesem Meer von Pimmlern! Fuck it! So! Ah, da durftet ihr ja auch nicht hinterherkommen, doch, mit ihrem ollen Pferd. Oh, Freunde, wir müssen da runter wegen Heiler und so. Wir müssen fighten, nützt ja nichts. Shit, Alter! Oh, heilt mich! Heilt mich doch, ihr Pimmler! Heilt, tötet sie! Jetzt Schockwelle nochmal! Oh, Heilung! Heilung, Heilung! Siegesrausch! Schnell! Ja! Ah, fuck, Alter! Wari kann ich zum Glück ein bisschen mittlerweile, ne? Alle jetzt so, als ob du Pisser! Aber man kann es doch mal versuchen, wenigstens zu sagen, oder? Und dann Palaparte haben einige geschrieben, ja, hat's schön gespielt, hab ich mich gefreut, okay? Lass mich! Leave my Biene alone! Leave her alone! So, ich brauche hier Wut, Freunde, das nützt ja nichts. Wir blocken mal von vorne. Das sind ja Paladin und Krieger, ne? Das heißt, die durften recht angespannt sein. Oh, da war die Aschenwelle. Oh, da ist das Gottesschild. Und da ist die Flucht nach draußen. Ja, ha, ha, ha! Freunde, gibt's auch so einen schönen Nachkriegsroman, ne? Draußen vor der Tür, oder war's ein Drama, ne? Wo der Soldat nach Hause kommt und alle dachten, er ist tot und seine Frau hat einen Neuen und so. So, und Freunde können ihn auch nicht aufnehmen und jedes Mal steht er wieder draußen vor der Tür. So, kleine Depris-Schiene gefahren, oder? Wer jetzt sagt, der labbert immer nur Scheiß. Ne, ich hab mein Abi auch gemacht. Ich musste auch Standbilder zu Wojcek und so einen Scheiß machen, Alter. Ich kenn's doch auch alles. Wollen wir mal über Literatur reden? Wollen wir mal einen Aerodaktylus in einem Gedicht rausfinden? Habt ihr Bock drauf? Ne, ne? Habt ihr nicht? So, toll, oder? Wir wollen lieber Panda-Titten angucken. So ein Panda ist locker auch schon saftig, oder? Ich glaub, das ist auch zu krass. Ich hab immer, ich hab immer nur die Extrembeispiele, Mann. Ne, entweder wir reden über einen Dactylus, ja, oder? Kann ich den reflektieren? Konnte ich, oder? Ich glaub, ich konnte es, Alter. Nice, ich kann was. Haha, ist ja auch schön, oder? Zwei bei Canvas, Nell. Freunde, wie sieht's denn aus da vorne mit der Flagge? Man sieht, wie wir sehen, sehen wir nichts. Alter, das überlebe ich aber definitiv nicht hier. Scheiß die Wand an. Digga, da brauch ich jetzt aber mehr als Overheal. Scheiße. Oh, ne, wie soll ich das taken? Nehmt die Flagge, nehmt die Flagge, nehmt die Flagge, nehmt noch die Flagge, du Bisser. Oh, sie ist weg, oder? Ne, hat sie noch mal. Aber wie lange sollen die da stehen, Alter? Das war ja jetzt ein Ali-Konvolut, Junge. Da hätten sie bei Baris Ferraris aber nichts bezahlen können. Scheiße. Ne, wir sind noch Ali. Gib sie ab, rennt noch drauf. Oh, Gott. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Euer voller Irrnis? Ach, komm schon, Mann. Äh, diese Hordler, Alter. Diese Hordler, Mann. Kann doch nicht sein. Die sind aber noch da oben, oder nicht? Oh, gut gespielt hier. Sehr interessant, Freunde. Ich würde euch echt gern mal wieder ein BG-Kredenzen, wo man gewinnt. Ich würde echt gern euch mehr Wins-Kredenzen, so. Oder so Commentary-Wins. Ja, wenn ich den ganzen Tag PvP spielen würde, wäre das locker kein Ding. Aber ich tue es halt nicht. Ich bin halt PvE-Fag, ne? Ihr wisst es ja. Man riecht das bestimmt als PvPler, oder? Man riecht so meinen Angstschweiß vor den hasserfüllten Kommentaren, auf die ich keinen Fick geben muss. So, was ist das denn? Fisch? Fisch-Blackhand, Freunde. Wie sollen wir gegen Fisch gewinnen? Ich hole mal die Flagge, ne? Ihr kämpft hier im Raum und verreckt dabei. Schön, weil ihr nichts könnt, Alter. Wichtig ist es, ne? Wenn man Weltquist fertig hat und an kein Gier kommt, dann erstmal PvP zu machen und komplett alle mit in die Hölle zu reißen. So, der Hordler geht aber down, Junge. Syrell, Junge. Oh, der take mehr Damage als Syrien, Junge. Not bad. Wer bist du? Viva. Ja, Viva-La vorbeireiten. Ne, doch nicht. Leckt mich doch mal. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Ne, dann nicht. Dann fighten wir halt. Fighten wir halt. Okay, ihr könntet euren Leuten da helfen. Ne, wir müssen jetzt den Tankkrieger fighten, weil wir so dumme Pisser sind. Ich bin ne Eule. Es war nur ein Bäti-Baumgestalt. Boom. So, und es gibt mal ein bisschen ins Gesicht hier. Ja, ja. Da macht der Tankkrieger Schaden. Ne, mach ich nicht. What the fuck is this shit? Da hast du ein Wasserelementar. Hast du Bock mitzumachen, Wasserelementar? Ne, hast du nicht. Auf was geht man jetzt hier eher? Auf den Krieger oder auf die Eule? Fragen, die das Leben stellt, ne? Ich bin nämlich das Leben, Freunde. Deer is it, ja? Deer is it, Digga. Ey, deer is it. Ich weiß gerade nicht, ob das so clever ist, was wir hier machen, aber es sind zumindest zwei, vielleicht gleich drei. Oh, er überlegt. Ne, überlegt erst mal. Er überlegt erst mal, ob sich das auch lohnt, hier reinzugehen. Es sind zumindest gerade drei Leute weniger oben im Flangenraum. Sind das vier schon? Es sind vier! Da kommt der fünfte! Wie geil! Scheiße! Ach, und ich habe keinen richtigen geilen DevCD ready hier. Nur ein bisschen Zähne zusammenbeißen. Non-Shot Wave! Ah, fuck! Aber guck, ey, guckt mal bitte, wie viele. Fünf Leute haben wir hier jetzt beschäftigt. Freunde, macht was draus. Komm, bitte! Macht was jetzt! Komm, gib sie ab! Was ist passiert? Gib doch ab! Wo ist er denn? Oh, ich habe jetzt nicht fünf Leute beschäftigt und ihr verkackt das. Macht euch rein da jetzt, Mann! Das waren fünf Leute, das war das Mitbesteste, was man als Tänker machen kann in so einem Fleck, Biggie. Gebt jetzt ab, bevor sie die wieder nehmen. Bitte! Bitte, tut es doch! Komm schon! Blitze dich doch hin, du bist doch Magier! Oh nein, Mann! Bitte nicht! Oh mein fucking Gott, Mann! Freunde, das ist doch echt nicht so schwer, oder? Da muss man doch reagieren, Mann! Und jetzt sind die, jetzt sind natürlich die fünf, die wir aufgehalten haben, sind jetzt erst da drin. Und jetzt ist das natürlich wieder ein unaufhaltbares Massenphänomen da drin. Oh, Love Parade war ein Scheißdrick gegen die Alis, die da jetzt totgetreten werden. Ach, Freunde, das ist doch nicht schön. Da muss man doch mal reinkommen, da muss man doch Druck machen. Der hatte doch den Healparler im Rücken, oder nicht? Da muss doch kommen, Hand der Freiheit, aus dem FF, dass der da durchgeballert kommt und immun ist. Da muss doch das Blindsinn kommen und die Frostnova und die Eisbarriere und was es nicht alles gibt. Da muss da einfach geballert werden. Und das verstehe ich nicht, warum das dann nicht kommt in dem Moment, ja? Da gibt es für mich auch kein Gegenargument. Gut, man kann pennen. Ich penne ja auch, ich spiele ja auch nicht perfekt. Ich erzähle euch ja nur, wie man es machen sollte, ne? Das ist ja jetzt keine Hasskritik. Es ist nur normale Kritik und normaler Hass, aber keine Hasskritik. Auch hier, schön, ne? Mal ein paar Blumenpflanzen, hier war ein Druide unterwegs. Tolle Sache, ne? Super, super geil. Ja, es ist zumindest ein interessantes BG. Ich fand die Aktion gerade geil, Freunde, mit den fünf Leuten aufhalten. Oder? Die fand ich nice. Also, ich fand die nice. So hat sich schon mal gelohnt für mich. Ähm, was ist hier los? Ich nehme mal eure Flagge, ne? Während ihr da vorne chillt, Freunde. Äh, macht da mal weiter so. Finde ich ja gut, ne? Finde ich ja gut. Die merken das gar nicht, oder was? Merken die das nicht? Ne, ihr seid ja bescheuert. Und gegen die verlieren wir. Bitte nicht. Bleibt da vorne, dass ich anchargen kann. Bleibt da vorne. Bleibt da vorne, bleibt. Warum tauchst du denn? Warum, warum solltest du tauchen, Digga? Ja, gebt dir im Wasser Speed up, ne? Ach ne, war ein Schild. Okay, coole Sache. Jetzt wäre es natürlich nicer gewesen. Aber man soll ja nicht immer meckern, ne? Wir sind ja alle nicht perfekt. Und ich bin mir sicher, die liebe, liebe Kühl vom Server Dunmohok ist eine ganz Liebe. Ne, was ist eigentlich mit den Schweinen hier? Warum können wir die eigentlich nicht töten? Wäre doch geil, oder? Kann man so Siegesrausch aufladen und so? Würde ich hart feiern. Ja, äh, schöner weißer Falkenschreiter. Bestimmt im Timewalk gedroppt, ne? Alle Leute jetzt hart triggert, die den immer noch fahren. So, ja, schön machst du das. Raffst du das mit dem Abfang, Digga? Ne. Wundert mich aber auch nicht, wenn das hier wird blinzelt. Oh, gucke. Gucke ein... Na, weiter. Komm. Na. Putt, 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 putt. Komm. Komm. Hm. Hm. Noch ein Stück. Ach, Digga. Mann, ich hatte Vertrauen in dich. Bist du echt eine Frau? Oder warum rastest du es nicht? Oh, oh, oh. Wow, die D-Abos, oder? Schön. So, ich hau mal ab hier von euch. Ah, oh, das war jetzt schön. Kombi mit heilender Sprung, heldenhafter Sprung, Digga. Und dazu das Schild geile Number auf jeden Fall. Ich finde auch schön, wie dieser Allianz-Wappenrock mein gesamtes Transmog einfach zerstört. Oder hier kommt der mächtige Panda-Todesschwingen-Krieger. Mit dem Stund des Drachenlords, ne? Panda-Krieger, Leute. Und dann hier so ein blauer Wappenrock. Tolle Sache. Ja, wir haben jetzt... Ne, ist ja ein Shadow. Bist du ein Heiler? Ne, zwei Shadows. Damit kann ich arbeiten, ne? Zwei kleine Shadows saßen auf einer Bank. Das eine war eine Elfe. Die mache ich gerne blank. Zwei kleine Shadows. Die waren mit im Raum. Das andere war auch ne Elfe. Zwei Elfen ist ein Traum. Zwei kleine Shadows. Die Deften hier die Fleck. Die Fleck hab ich gehalten. Geiles Gameplay gibt's ja nett. Zwei kleine Shadows. Geben mir ein Schild. Der Movement Speed davon ist toll. Und ich bin ganz gechillt. Zwei kleine Shadows. Gucken wie ich Kreise zieh. Mit Speedup werden sie größer. Ich bin ein Panda-Vieh. Zwei kleine Shadows. Wollt ein Gameplay sehen. Ihr macht's spätestens jetzt aus. Sonst könnt ihr bald nicht mehr stehen. Wegen dem geilen Gesang. Ja, ja. Warum kommst du jetzt hier hinter, Lexi? Warum? Und warum lief hier noch einer? Ach, Freunde. Das gefällt mir nicht. Nebelchen, die Aldo. Och, ist ja süß. Nebelchen. So, Nebelchen ist erstmal verwirrt, weil hier kein Lagerfeuer steht und er nicht angemacht wird. Nebelchen, ja. Noch ein Heiler. Ich weiß noch nicht. Was ist denn da? Warum sollte man denn diesen Weg wählen? Die haben da zwei Leute vorne. Freunde, gleich kommen hier wieder 30 Leute rein. Und ich glaube, dass Nebelchen und Lexi jetzt nicht so das Geilste hier haben. Warum denn nicht? Was ist denn mit euch, Alter? Da hat's nicht mal fürs Transmong gereicht. Ach, Mann. Killt den Fleckträger. Jener Geil, Alter. Kühl. Kühl macht die Anseite. Geiler Typ. So. Äh, Freunde. Ich weiß nicht genau, was ich hier... Der ist da vorne? Warum ist denn der hier vorne? Hä? What? Hä? Muss ich das gerade verstehen? Ach, lol. Okay. Ja, okay. Die Range ist etwas groß. Okay. Ja, ach, schön, dass ihr mitkommt. Ach, super. Vier Minuten. Ja, also die erste Flagge, die jetzt kommt, kann das BG entscheiden. Freunde, ich kann's nicht ändern hier. Es ist sau langweilig, oder? Was macht ihr so? Spielt ihr euch gerade an eurem Lully oder an euren Möpsis? Ich weiß, was macht ihr in dieser Zeit? Keine Ahnung. Ihr könnt einen Kommentar schreiben jetzt in der Zeit. Es passiert eh nichts. Scrollt mal runter, schreibt mal irgendwas, ne? Wart ihr zum Beispiel die Lümmel, die hier die Pfeile in die abgesägte Tür geschossen haben? Als hätte die Tür nicht genug gelitten, oder? Was ist eigentlich mit euch, Alter? Ach, schlimm. Ne, schlimm, da fällt mir nichts zu ein. Oh, oh. Da kommen sie. Da kommen sie. Nein! Ein Paladin. Boom. Ins Maul, Alter. Ein kleiner Paladin. Nein, wir lassen es sein. Ihr seid genug traumatisiert für heute, oder? Ih, ein Stun. Oh, der kriegt aber gut ins Maul. Guck mal, Anja. Ne? Bist du die Vorhut, oder was? Ah, wo war'n das? Scheiße, wo war'n das? Ist gekommen um uns... Ah! 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 Ja! Ah! Ah! Geil, Leute. Geil, Alter. So, gehen wir jetzt nochmal vor. Dort deffen wir. Weil wenn sie jetzt innerhalb der drei Minuten noch eine Flagge machen und wir keine kriegen, dann haben sie den letzten Punkt gemacht bei einem Gleichstand und dann gewinnen die natürlich. Scheiße, Mann. Aber was, ein langes BG auch, oder? Ich so, hä? Ich mach YouTube-Videos. Ich hab fast 10.000 Abonnenten. Bin so toll. Ich mach jetzt einen Haufen PvP-Videos. Meme. Alle BGs endlos gestreckte Scheiße, Alter. Da schieß ich mir wieder selber ins Knie und gehst hinten rein. Ja, es ist nicht so einfach, oder? Es ist... Das Leben ist schon hart, oder? Das Leben ist schon hart. So, wer bist du denn? Crusade, ja. Äh, Crusade und Josika. Ich weiß nicht, ob wir hier zerren sind, aber ich kann ja den Gnom nicht sterben lassen, Freunde. Das wär'n schlechtes Ohm. Äh, machst du jetzt auch mit, Digga? Oder... Ist das denn scheiß Ernst? Und dann sich wundern, warum keiner Allianz spielen will, ne? Dass ich hier nur Vorurteile verbreite. Also bitte. Also bitte. Ähm, Frostblitz. Ja, Massenzauberreflexion geht erst jetzt, Kollege. Zack. Hallo, jetzt, sagte ich. Was ist denn das für Scheiße? Hallo, Massenzau... Oh, schönes Ding, du. Ja, achso, ist gar nicht an. Jetzt erst, so. Na? 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 Boom! In deine Fratze, Alter. Zack. Bauen wir mal ein bisschen Wut auf hier in deine degenerierte Fischfratze, im wahrsten Sinne des Wortes. Heißt nämlich Fisch, der Kollege. So, Freunde, ihr macht mal weiter. Äh, wir gehen mal hoch. Ne? Wir gehen mal hoch, wir gehen mal hoch, wir gehen mal ab. Wir versuchen mal noch die Flagge zu holen. Nicht mein bester Moop mit 55%, aber wir können ja vorher noch mal was naschen, ne? Wir sind ja Panda, wir naschen ja gerne. 1,40. Ähm, es reicht ja auch, wenn wir ihre Flagge entwenden und damit auch durchhalten. Also wir können sie jetzt maximal abfacken, indem wir unsere Deffen und indem wir ihre noch holen. Ja, das heißt, dann haben wir jetzt schon mal zwei Puffer, in denen sie quasi, äh, dumm aus der Wäsche gucken. Ja, und das ist doch schön. Lol. Hier, wieder Fischi, ne? Da ist er auch in einem Schwarm diesmal. Fischi, Alter, macht doch sowas nicht. So, hier, es wird fleißig gefightet. Wir müssen halt aufpassen. Ich will das jetzt nicht verlieren. Oh, da hat unsere, Digga. Genau das will ich nämlich nicht sehen. Darum sind wir jetzt auch hier. Schön. Ja, da wird reagiert. Warte, gib sie doch mir. Gib sie. Bleib doch stehen. Guckt aber hinter dich. Nein, ich hab keinen Erfssprung. Alter, Alter, Alter. Warum läuft ihr denn vorne raus? Ach, nee, bitte verliert das jetzt nicht. Bitte verliert jetzt nicht, weil ihr Frauen seid und das kataktische Feingefühl nicht habt. Das war böse, oder? Alter, aber es gibt Leute, die denken so, Alter. Erinnert ihr euch an das Craft Talks mit Fina? Nein? Guckt es an in der Craft Talks Playlist. Was ist mit euch? Tausend ehrenhafte Siege geben mir recht, Alter. Ach, Mensch. Mensch, 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 Mensch. So, ich charge nochmal an sie ran. Magst du mir die Flagge geben? Eine kleine Priesterin, die gab mir levitieren. Wir fliegten über den Fluss und danach flog ich in sie. Eine kleine Priesterin, eine kleine Priesterin, die kam aus China. Sie gab sich ihren Speed Buff. Das finde ich sehr prima. La, la, la. Wir chargeen wieder ran. 28 Sekunden, das Ding haben wir. Also, das muss safe sein. Wenn hier jetzt die ungefähr 30 Shorken mit aktiven Legendary Buffs, ja, von 7.2 aus den Schatten springen und die alte One hitten und dann mit ihren Sprinten Buffs rüber die Flagge ziehen, dann müsste das ja eigentlich ein Safe Number sein. Ja, müsste. Ja, wir schweben hier. Dieser Gesichtsausdruck dazu, oder? Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Oh, ich schwebe irgendwo. Ich schwebe irgendwo gegen, ja. Ist ja schön, wenn man es noch selber merkt, oder? Ist doch was. Zwei Sekunden. Win. Boom. Schön. Doppel auf dem Doppelgipfel. Schultern. Uh, Vielseitigkeit kriegt. Geht aber eine Menge Meisterschaft runter. Scheiße, das sind Schultern? Echt? Okay. 2-2. Flagge geholt. War schön. War eine schöne Runde. Willkommen, oder? Kann man jetzt nicht meckern, Digga. Muss man sagen, oder? Nice Sache, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Achso, Schultern angucken. Guck mal die Schultern noch an. Tolle Sache. Die Parts werden lang, oder? Fuckt euch richtig ab, ey. Ich hasse das auch richtig. Ähm, ja. Muss ich erstmal laden hier, ne? Weil die scheiß Lola Teal Daily ist hier. Tolle Sache. Hab das eine... Hab das eine übrigens Bug gemeldet mit der Skinfarbe. Hab das eine übrigens Bug gemeldet... Ja. Okay. Okay. Moment. Hoffe, die griefen das nicht falsch auf XD. Ja, wenn ich's nicht mal wert bin, XD groß zu machen, das D davon. Unglaublich. Freunde, krieg ich die Schultern trotzdem noch geladen, auch wenn jetzt ganz E-Räder ist? Hab ich Donnerknall freigeschalten? Ja, Leute. Donnerknall macht alle Ziele eine Sekunde lang Bewegungsunfähig. Das hat uns so oft gesaved grad. Ah, das sind die mit den roten Flügelchen. Ja, damit kann man schön basteln. Ich glaub, die hatte Arminitra sogar im letzten Skin-Video, ne? Mega nice. Mega nice. Bei wem sich da wohl Rat geholt hat, Alter, ob's die noch gibt. Lol. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Tschüss. Musik